...offenes Gewässer, Verteiler, eine B-Länge vor das Fahrzeug, zum Einsatz fertig. Zum Einsatz fertig. Drei, so ist es. Aha, Zähschlauchmaterial ein bisschen. So, und das Ganze ein bisschen prüfungsmäßig, prüfungsmäßig, einsatzmäßig. So, und das Ganze ein bisschen, prüfungsmäßig, einsatzmäßig, 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 einsatzmäßig. Oh! 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 1,1,2,4 1. Schwerschraubrohr, Wasserwand! Die Gartenstelle überfüllen kann. 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 Waschentnahme, Überfühltrand, Verteiler, Marmor, Böe, Waschhalle, Angriff zur Brandbekämpfung, ersten Rohr, überfühlt deine Steckleitern, das erste Auf geht's. Hier hin, hier mal zwischen die Teile, wie ich denke. Ja, oder? Halt! 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 Da müssen wir hier einen BV-Verfall mit abwarten, jetzt können wir das Ding jetzt mal anladen. Ist das ein Knoten, ein neuer Schotensstich, oder was? Fertig! 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 Angriffstucht zur Brandbekämpfung mit Schwerschauenrohr zum Brandobjekt über den Hof vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Damit man keinen anderen verlapst, wenn man sich dreht. Und es kann auch passieren, wenn es nach unten ist, dass die Tiefung rausfällt. Auch das auch nicht. Gut, alles klar, weiter. Dann zum Aufbauen den Deckel rauszunehmen. Auf und abweichen. 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 Auf und abweichen.